weiteren folge von call of duty ghost vollen seitenstreifen eine voll im bildschirm kein nerviges bild mitten im bild ich muss hier nur nebenbei das wird immer mehr hier ich muss echt sagen dass einer meiner lieblings maps aber es gab doch eine dieses ist in der luft auf dem hochhaus so ach genau jetzt will ich wieder was ich wollte steht noch nichts da cd jetzt müsste es natürlich dastehen so und damit herzlich willkommen also leute tritt spiele ich immer noch black ops 3 also tut mal so dass er also das haben sie ein bisschen blöd gemacht finde ich dass man das immer wieder ändern muss ba 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 call of duty ghost oh schön ghost da ist es don't forget übrigens teures mineralwasser aus der leitung nicht wirklich aber kann man ja mal sowieso feststellen so option please den ton kann man das hier nicht machen empfindlich hier ist die empfindlichkeit wieder so lautstärke genau hier immer geht ja gar nicht online online ich hab mal warte mal hier gibt es ich will mal gucken jetzt ich will wirklich mal gucken wie vor heißt die map so wie weit sind wir hier wir wollen ja kein lokales spiel ich wollte es einfach nur gucken spiel suchen können ja auch hardcore machen nein wir suchen standard natürlich team deathmatch aber hier unten ich sehe das gerade spieler in der liste 1057 146 aufgeputscht 0 blitzangriff 0 spieler in der liste suchen und retten 2 und 50 12 herrschaft bodenangriff keine spiele gefunden ich will keiner machen so standard team deathmatch das ist das was hier noch freer fuhl freer fuhl freer fuhl freer fuhl spiel als bernstein fuhl bau oh spieler gefunden spieler gefunden spieler gefunden was soll denn dort her operations nicht in drei sekunden zwischen den abstimmungen mit einem online spiel er kommt ein leidiger es gibt tatsächlich leute die so reden bei youtube die dann wirklich da sitzen übelst in die kamera gucken ja und jetzt zu einer weiteren folge jetzt werden wir alle abholen ja ich meine wort rede doch mal normal so wir müssen trotzdem gucken welcome to youtube und ein verarscht nein ich höre ja nicht auf oder so das war jetzt nur die falsche taste aber wir hatten auch vorhin ein ja der hat gesagt hat einen eigenen youtube channel dann sind wir auf den seine seite gegangen wisst ihr was goodbye spiele set up team deathmatch karte bonus karte wir machen jetzt erstmal pharao zehn minuten machen wir zehn minuten unbegrenzt und zu den typen zurückzukommen ah ich habe hier ein übelst geil youtube auf englisch halt geredet ja das biggest channel und bla 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 dann sind wir auf den seine seite gegangen ja die seite hatte kein einziges video und das andere hatte eins was aber alt war und da ist mein anderes video fertig es ist voll das markenwasser hier da kostenlose werbung leider verboten nee das ist nicht verboten zum glück nicht schon kundig gemacht aber was tatsächlich verboten ist ich liebe es da habe ich heute schon in ihr macht wo sind unbekannt hier ich habe heute noch kein black ops 3 gezockt das heute morgen schon aber nicht aufgenommen 07 so ähm was wollte ich jetzt sagen ich habe es vergessen ich habe es äh dann leg mal los jungen mache ich doch äh was sollte ich jetzt sagen ich wollte irgendwas sagen ich habe es verpeilt ich habe es wirklich verpeilt ich überlege gerade tatsächlich ich habe es verpeilt was ich sagen wollte gut ähm wir machen jetzt erstmal ähm lebensanzahl ne das lass mal maximale gesundheit so wir machen wieder winzig ist viel lustiger langsam wir machen wieder schön hardcore ähm gameplay wo waren hier diese blödfigur wo man aussuchen konnte option da ist es alleine das wird zu brutal alter ähm ich muss feindliche boots auf veteranen na klar die machen wir gemischt dass ich wenigstens eine leichte chance habe und beide auf veteranen ne das will ich ja gar nicht wie viele machen wir denn so fall auf hardcore 1512 das ist böse boah ab geht die party ab geht die luci die wilde luci geht los auf hardcore ja da verliere ich alleine gegen 17 leute machen wir nächste runter aber auf free for oder so oder wieder auf harrow so auto zuweisen ich möchte ghost sein wir aktivieren mal unseren wo waren jetzt diese blöden fackeln ich hab gestern wusste ich noch genau hier war die erste irgendwo war auch dann die zweite die dritte also ich war zu abkacken ach ja ich kann ja gar nicht fliegen weil man die ganze Zeit Call of Duty Black Ops 3 gezockt hat ist das schon wieder komisch dann das zu zocken alleine die steuerung puff du blöde Sau ich such� laufarm du blöde Sau ich suchte die fakkeln junge gestern habe ich sie auch gefunden aber Die Ene war da oben. Vielleicht schaffe ich es. Hier ist die zweite Fackel. Jetzt muss ich die dritte Fackel noch finden. Scheiße, ich hätte schießen müssen. Ich hätte so schießen müssen. So, die dritte Fackel noch. Und schon kriegt man die Geheimwaffe, die hier versteckt ist. Blöde Sau. Doofel Sau, Junge. Ich habe den Raum vergessen. Ich wollte schießen, du hässliche Sau. Hier war die erste. Hier in dem Raum ist das nicht. Da, nach rechts. Geht's mir mein Weg, du blöde Sau. So. Das ist doch eine doofe Sau. Ich muss doch nur in den dritten Raum. Da war die... Da oben war die zweite, die ich schon angemacht habe. Jetzt muss ich in den dritten Raum noch gehen. Die sind ja fast beide nebeneinander. Wieso sind schneller beim Schießen wie ich? Ihr hässlichen Säcke, Junge. Ich muss hinter diesen scheiß Pharaon-Raum. Weil da ist nämlich dann die vierte Fackel. Ich weiß ja, wo die ist. Da drüben ist ein Pharaon-Raum. Ein Pharaonen-Raum, so rum. Und da ist noch die letzte Fackel. Irgendwo. Wie ist nämlich hier drüben? Ich glaube hier oder da drüben. Blöde Sau. Genau, da hinten ist er doch. Beim Pharaon. So, und schon. Aktivieren wir nämlich hier einen Zusatzraum. Was gibt's denn schönes? Bodenzerstöre schon wieder. Oh oh. Schaffe ich niemals, Alter. Nein. Du blöde Sau. Alter, ich werde übel zwar wackeln. Halt. Wieso sind die besser wie ich, Junge? Was habe ich denn für eine K... Ich kacke ja so ab. Nicht mal gegen Computer schaffe ich's, Alter. Ey, ich hab gemessert, Junge. Du hessische Schwanz. Ja, da muss ich mich zühnen, weil es ist tatsächlich laut Richtlinien verboten, solche Wörter in den Mund zu nehmen. Ähm... Weil das ist echt krass, ja. Wenn man sich die Richtlinie mal durchliest, was man alles sagen darf und was nicht, ist es schon echt krass. Genau, das wollte ich euch erzählen. Wegen Nintendo. Autsch. Man darf tatsächlich keine Nintendo-Videos hochladen. Beschweige denn Nintendo-Bilder. Dann sollte man umsatteln auf ein anderes Game. Wieso denn? Weil ich schlecht bin. Wenn ich mich wieder eingewöhne, krieg ich das auch hin. Dann kriegt man es auf jeden Fall hin. Ähm... So Nintendo jetzt zurückzukommen. Es ist tatsächlich... Das habe ich ja schon öfters erfahren, ja. Und auch gelesen. Gestern habe ich es nachgelesen. Und es ist echt verboten, alles, was mit Nintendo zu tun hat, hochzuladen. Und ja, ich trinke viel Wasser. Trinken ist gesund. Ähm... Videos, Bilder... Alles verboten. Selbst Amiibo-Figuren online zu zeigen, ist eigentlich nicht erlaubt. Weil es hat ja was mit Nintendo zu tun. Ja, jetzt ist es natürlich so, bei Amiibo-Figuren, wenn man die zeigt... Sagen sie... Okay... Eigentlich durft das nicht, aber ihr durft das mal. Aber dieses mit Bildern und alles... Das ist... Die sind bekloppt. Die sind so dumm. Nintendo. Wenn man für die Werbung macht... Ja, Call of Duty ist es egal. Wenn man das macht, weil das ist ja kostenlose Werbung. Oh, ihr blöden Schweine. Was habe ich denn? 12 zu 15. Ja, ich werde doch langsam besser. Du doof, hässliche Sau. Wir sind zu weniger. Und dir zu viele. Ich verliere. I'm losing. Da war doch noch irgendwo einer. Haha. Ach, da hinten. Schon abgetötet alles. La 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 la. La. La 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 la. La 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 la. Ich wurde erschossen. Oh, nee. Ich wurde erschossen. Oh, nee. Ein Koffer wäre okay noch. Gehen sie geduckt und machen sie einen Abschuss. Toll. Bämms, Junge. Ich werde nicht der Beste, aber ich werde der Beste. Ich werde der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ey, du blöde hessische. Nooooon. Du blöde Sau. Meiner. Der Segen, der ist ein U-Bis. Die hessischen Schu... Ah ja. Oh, die miese Sau. Komm, einen kriegen wir noch. Oder ich werde vorher getötet. Sieeeeek! Lackritzer! Gegenhard. Auf Platz 4! ein haufe in weißes schneidprogramm ich bin in der stadt sich weiß ich liebe nach bundeskarten ab übrigens alle aber komme ich gleich noch zu weil ich habe dadurch den season pass umsonst gekriegt habe war das ganz nett maximale gesundheit jetzt kriegt jeder neue leben bei 18 leuten gesundheitsregulation ohne wir machen normal team deadmatch extras verbindete boots macht war mal die hälfte hier wie terran da gemischt ja dann fangen wir mal einfach mal an oder suchen schalalalala schalalalala braun bär in